auf geht's in die erste liga schalke so hallo liebe schalker wir begrüßen euch wieder zum autolegenden talk hier aus dem kiasportage an meiner seite die schalker legende rüdiger bramzig ja aber haben wir schon fünf vor zwölf oder schon fünf nach zwölf ja ich würde sagen dass ich fünf nach zwölf und ja wir müssen aufpassen dass das wenn ich die uhrzeit ja wir haben jetzt unheimlich viel unruhe im verein trainer frage steht aus und ich glaube dass halt auch die mannschaft und die spieler durch solche geschichten verunsichert werden was das sicherlich auch mal erlebt wie kriegen wir da wieder ruhe rein wie kriegen wir da den fluss rein dass ich meine andreas dass wir wirklich uns hier voll darauf konzentrieren sollen also ich glaube dass der vorstand oder der aufsichtsrat auch wie auch immer jetzt sich einfach hier auf das spiel konzentrieren soll sie sollen nicht jetzt hier pausenlos mit trainern reden und unruhe reinbringen steht jeden tag was in der zeit und jeden tag ist was neues dann kommt hell dann kommt er dann kommt er ich weiß gar nicht was das soll wir müssen am samstag gas geben und wenn wir am samstag nicht gas geben dann werden andere leute gas geben davon bin ich fest überzeugt und du weißt was ich meine wir hatten das problem schon mal gehabt dass die fans theater gemacht haben auch zum grund ja ja aber das darf nicht wieder passieren deswegen müssen wir hier gegen härter gewinnen egal wie ich habe das schon mal gesagt und wenn wir nur 1-0 gewinnen und den ball aus dem stadion ist mir egal aber diese unruhe muss jetzt endlich mal raus es muss ruhe im verein einkehren es ist keine ruhe hier bei uns im verein es wird nur noch erzählt der kommt der kommt der kommt die sollen sich aufs spiel konzentrieren auch die leute die die verantwortung haben sollen sich konzentrieren aufs spiel es nutzer sowieso nicht wenn ich morgen sagt der trainer kommt oder der manager kommt oder der kommt wir haben auch nicht sofort ein konzept ja wie sieht es denn aus wir haben die mannschaftsaufstellung ist noch nicht raus was schätzt du wer wird wer wird auflaufen ich kann das nicht sagen was kreuzer macht ob er er wird sicherlich die die gleiche mannschaft nicht spielen lassen wie in paderborn das ist mir auch klar ja ich weiß jetzt nicht ich weiß nicht was er trainiert ich weiß nicht mit wem er trainiert das ist ja auch alles so eine geschichte da muss er den kopf hin halten und kein anderer ja aber er muss jetzt eine mischung finden und sagen jungs ich vertraue euch und wir ziehen das hier durch aber nicht reden 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 wir zu viel es muss auf dem platz passieren wie der klaus mal gesagt hat fisch können haben wir hier auf dem platz da kann man zeigen man muss nicht reden man muss auf dem platz zeigen was los ist und das ist leider so und da kann man so im kopf stellen wenn wir das nicht machen dann haben wir problem und härter hat eine gute mannschaft und härter weiß dass wir angeschlagen sind umso besser ist dass uns vielleicht unterschätzen ja also deine meinung ist die mannschaft muss charakter zeigen auch charakter müssen sich schon die ganze zeit zeigen nur bis jetzt haben wir nicht gemacht ja also es wird dann jetzt endlich mal zeit wie du gesagt dass es ist fünf nach zwölf man muss alles ausblenden was jetzt im verein ist man muss nicht über den trainer reden man muss nicht über irgendeinen der marketing macht oder der noch im vorstand rein will ist alles uninteressant wir müssen am samstag eine truppe haben die bis zum erbrechen kämpft bis zum erbrechen und nicht nur für sich sondern auch für unseren verein ja ich merke du bist emotional sehr aufgeladen und dabei das zeigt ein schalker herz was würdest du das sagst was ist für ein tipp dein tipp für sonntag also ich habe ja gerade schon mal gesagt wenn wir 1 0 gewinnen bin ich zufrieden reicht es reicht mich interessiert nicht wir dürfen nur nicht verlieren weil dann haben wir viel größeres problem dann kommt unruhe im verein noch größere unruhe mehr und das können wir überhaupt nicht gebrauchen okay du sagst 1 0 ich top das mal ich sag 2 0 da müssen zwei kirchen rein also ich würde sofort sagen wenn das stimmt gebe ich sogar 1 ok ich nehme mich beim wort ok also liebe schalker ihr seht emotionen sind auf jeden fall aufgeladen wir sind trotzdem optimistisch wir geben die hoffnung nicht auf für unseren verein hoffen auf drei punkte ja sprechen uns nach dem spiel auf jeden fall im legendentalk wieder so und wir verabschieden uns mit einem glück auf glück auf